Die Digitalisierung wirft also viele ethische Fragen auf, in Bezug auf die Arbeitswelt, in Bezug auf die Autonomie. Häufig geht es dann um Detailfragen. Aber wir dürfen auch nicht das große Ganze aus dem Blick verlieren. Was ist die Vision, an der wir uns orientieren, wenn wir unser Verhältnis zu digitalen Anwendungen, zu künstlicher Intelligenz bestimmen? Ich möchte Ihnen deshalb zum Schluss drei Visionen vorstellen, die das Verhältnis Mensch-Maschinen thematisieren. Es sind alles positive Visionen, das heißt, ich lasse Szenarien aus, in denen etwa die Roboter gegen die Menschen kämpfen. Die erste Vision ist die traditionelle Vision. Hier werden Roboter-Algorithmen weiterhin als Werkzeuge angesehen. Werkzeuge kennen wir aus dem Alltag wie etwa den Hammer. Wir sprechen manchmal auch von Technik, wenn die Werkzeuge etwas komplizierter sind. Aber die Werkzeuge sind ganz klar den Menschen untergeordnet. Er benutzt sie, er entscheidet. Die Werkzeuge sind Sachen, sie verdienen keinen Respekt. Man kann im Prinzip damit machen, was man möchte. Diese Version wird allerdings immer schwieriger. Denn es ist sehr natürlich zu sagen, dass heute Algorithmen oder Roboter eigene Entscheidungen treffen. Wenn etwa ein automatisch fahrendes Auto abbremst, dann ist es natürlich zu sagen, es habe entschieden, abzubremsen. Denn in einem traditionellen Auto würde ja der Mensch die Entscheidung treffen. Die erste Vision kann deshalb nur umgesetzt werden, wenn wir darauf bestehen und daran festhalten, dass die wichtigen Entscheidungen weiterhin von Menschen getroffen werden. Die zweite Vision geht deswegen ein Stück weiter. Sie sagt, dass digitale Anwendungen, Roboter-Algorithmen eigene Entscheidungen treffen, vielleicht sogar eigene Werte haben, eigene Interessen haben und dass wir Menschen mit den Robotern eben dann interagieren sollen. Partnerschaft ist das Stichwort. Interaktion wie eben mit anderen Menschen, so auch mit den Robotern. Das könnte dazu führen, dass Robotern eigene Rechte eingeräumt werden. Vielleicht ähnliche Menschenrechte, wie wir sie jetzt schon den Menschen zuordnen. Die dritte Vision geht in eine etwas andere Richtung. Hier werden nicht Roboter und digitale Anwendungen und Menschen getrennt, sondern es wird versucht, eine Synthese zu bilden. So ist schon von Chips die Rede, die man in ein Gehirn einpflanzen kann, um dorthin Daten zu übertragen. Oder es gibt Prothesen, zum Beispiel schon einen dritten Arm, die von einem Gehirn angesteuert werden. Hier werden also Technik, digitale Technik und der Mensch miteinander verbunden. Cyborg ist hier ein ganz wichtiges Schlagwort. Aber es muss nicht immer eine biologische Veränderung sein. Vielleicht müssen wir einfach schon unser Selbstverständnis anpassen. Es gibt in der Philosophie schon heute Stimmen, die sagen, unser Selbst sei ausgedehnt. Es umfasse nicht nur den menschlichen Körper, sondern eben auch die digitalen Geräte, die wir benutzen, etwa mein Smartphone. Wenn ich dauernd etwas auf dem Smartphone nachschauen muss, kann ich sagen, letztendlich stellt das Smartphone Teil meines Gedächtnisses, Teil meines Selbstes da. Die digitalen Anwendungen verschmelzen dann also mit dem Menschen. Es bilden sich neue Einheiten und da spricht man dann gerne auch von gekoppelten Systemen. Integration von Mensch und Maschine wäre also hier das Schlagwort. Insgesamt haben wir es dann mit drei Visionen zu tun. Erstens eben die Idee, dass Roboter und Algorithmen Technik bleiben. Zweitens die Vision, dass sie eigenständige Kooperationspartner werden, mit denen wir interagieren. Drittens schließlich dann die Vision, dass wir als Menschen mit Maschinen und Algorithmen verschmelzen. Welche Vision sollte uns leiten? Welche Vision finden Sie angemessen für die Zukunft?